Ich spiele gut Gitarre, nicht? Ja. Ja. Ist das Jazzmusik? Nein, Rock, nein. Oh, das ist nicht... Das ist Rock? Ja. Oh, Tracks. Sie sind wunderbar! Ich spiele gut Gitarre, nicht? Ja. Ja. Okay. Oh, nein. Ich bin Rudiger, der Musiker. Rudiger, der Musiker! Rudiger! Das war gut. Das war gut. Ich bin Rudiger, der Musiker. Ich bin in einer Band. Ich bin Rudiger, der Musiker. Ich bin in einer Band. Ich bin Rudiger, der Musiker. Ich bin Rudiger, der Musiker. Ich bin Rudiger, der Musiker. 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 Ihr hair looks funny. Nice hair. I like that. Ja, das ist besser. Hey, Nelson. Wir sind nicht mehr. Put it back on. Okay, please write down some things that you... Let's go ahead and check up on our fabulous, wonderful, handy-dandy studio audience here. Oh, yeah, wie geht's. Wunderbar. Yeah. Woo! Yee, 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 yee. Okay. Yeah. Das... Das ist interessant. Das ist interessant. Das ist interessant. Ich bin Herr Nelson. So, in other words, we can figure out the pronunciation. And we were looking at the pronunciation of the word Aussprache, which we found on page 39, was it? 39, written right next, Aussprache, and it means pronunciation. So there's something very interesting and handy for you to know. So we're working a little bit on pronunciation here. Und wir haben W, F und V. W, F und V. Now, so we know that part of the idea here is pronunciation, but what do we also have to notice, do you think, as we go through this kind of thing here, this thing here? I think we need to notice whether the sound stays the same pretty much all the time or not. Do you think that might be important? Yes. Okay.